es geht nicht ab und was geht wo er ein aller der Säge schweiz bei mir da ist gewollt so immer noch in Prozent und für die hatte ich eigentlich bis jetzt schon mal und die Kuchen da in der Front oder wir wollen wir sind auch ein bisschen schon ein bisschen was aufgenommen Prozent oder so ist er ja wir hatten da eben das heftigste Match der Welt gegen Silber zwei Spieler mit ihr aber nicht in unserem Spiel Prozent nämlich bin ich ich bin viel zu weit hinten Krasse vor allem ist ich weiß doch noch nicht schlecht genauso das ist die nach so nicht ich nicht schöne Vorlage ja da ich dafür keine Parade bekommen habe wie es wieder so geil aber dann er macht der eigene teammate von dem Gegner eine Parade und du kriegst ihm die Glanzparade verdient ja ja guck wie krass das war naja ebba so einen Boost nehmen den lege ich jetzt schön vor oder dotzt einfach so ab dass ich meine ganze Wehe weg sehe wegen Ballkamera ja was macht er denn ich denke immer die Treffen okay jetzt guck er ja ich hab's hier gelassen ich hab's hier gelassen kriegst du den? den Jungs ähhhhhhhhh 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 Alter du dummer ja alles gut alles gut die haben den selber in die Richtung gekickt und ich mache immer noch ich weiß Was war denn das? Okay. Okay. Ich hab keinen Boost. Ich kann den nicht halten, wenn er... Hab ihn. Sehr schön, vorgelegt. Ich versuche Vorlage für dich hinzukriegen. Okay. Ich hab gesagt, ich versuche... Ey, warum fährst du hinterher? Ja, okay. Die geht absolut auf deine Kappe. Jetzt wäre ich in der Mitte geblieben, weil der hätte ich nicht verteidigt. Ah, scheiß Italiener. Jetzt wird er nicht in der Aufnahme toxisch verletzt. Wie kommst du auf Italiener? Ich hab eine italienische Flagge auf dem Auto. Ah, klar. Echt? Das sind die schwarz-weiß? Äh, 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 rot-weiß? Rot-weiß-grün. Das grün hab ich bis jetzt noch nicht gesehen. Nur beim Auto. So. Nein, so schlecht zu früh gefahren, Digga. Ich stech deine Eltern ab. Was machen die schon wieder? Da, da siehst du, da hat eine italienische Flagge, der Grüne. Los! Au! So knapp. Irgendwann muss Italien spielen, Berlin, glaube ich. Ja, ich glaube, ich hab für irgendwen getippt. Du tippst? Achso, ja. Ah, ich hab aus dem Rechtslicht gedrückt. Ups, alles gut. Äh. Kriegst du ihn? Natürlich! Ich denk mir, warum wir kein Rockerleer überspielen durften. Guck mal, ich hier den Riemen hab. Und du sagst, I'm racist. Du mir. Weißt, was ich jetzt nicht machen? Richtig, hey Gott. Äh, die haben nicht mal aufs Tor geschossen! Das war ein, äh, Anstoß. Alter, sind die... Scheiße! Ja, das ist ja grottenschlecht. Ja, komm, was ist das Tor? Meine Vorlage. Warte, hier, Unterpass. Hast du dir verdient? Ein Lob. Wünscher, Hünchen, Irwan, Irwan, Leckerliegen. Äh, Hünchen. Und jetzt aber kein Fake-Out. Nicht, weil ich checken will, sondern sonst gibt es noch eine Parade. Ah, ich wollte gar nicht wieder was schreiben, aber ihr lasst es lieber sein. So ein E und ein Z, oder was? Hm? Meinst du sowas? EC? Nee. Du hast dich vor... Weißt du, ich hab letztens zu Janna gesagt, 10-0-9. Und er musste irgendwo das Passwort eingeben, ja? Weißt du, dass er die ganze Zeit rumgeschrien hat? Es geht nicht! Es geht nicht! Ich sag, 10-0-9! Weißt du, dass er eingeclipt hat? 10-0-9! 10 mit C-E-H-N oder was? Nein, einfach nur in den Buchstaben C anstatt die Zahl 10. Aber... Aber... Man, nur... Scheiß, Italiener! Italiener! Italiener Pizza mit Peineppel! Alter! So will die Italiener gegen Belgien aussehen. Wir sind Belgier. Belgiener... Wir haben vorgegen Belgianer gespielt. Oder Belgagen. Ich sag mal zu... Leuten aus Belgien kommen, Belgianer, Belgagen. Bulgarianer. Ausstelle der Belgagen einfach. Oliven. Oliven! 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 Mileydiven! Schade, dass ihr keine Vorlage machen könntet, dass du noch ein Tor machst und du über mir bist. Schade. Ja, nein! Ja, ach, schade! Ich glaub, du hättest ne Vorlage nicht. Oh, Mann! Ey, das war so knapp! Ich hätt's dir so gegönnt! Was ist mein Fehler? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich bin nicht mehr, nein, 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 nein. Ich bin nicht mehr, nein, 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 nein. Wenn ich meine mir auch willkommen soll, das ist nicht gut. Oh, schon! Ich war ja auch zurecht, über die Gang. Ich war ja, ich finde, mir die Aufnahme... Äh, folgend. Seid mir nicht in die Kommentare, schreibt mir die DMSG, wo nachwicht. Über was sind. Über DM Ich blende hier auch jetzt nochmal seine Nummer ein Wobei, was ich jetzt mache Ich bleibe einfach mal beim Stehen Schön Das ist der neue Fake-Out Junge, du Hurensohn Den hast du Ich war verwirrt durch dich Ja, ich konnte ihn noch ganz leicht nicht stoppen Wollte gerade sagen, das ist safe für dich Der Fels nicht nennen Guck ja nicht, hab's gewusst Sind nicht mehr umgekehrt Ich hab' ich verstanden Okay, was ich jetzt mache Scheiß Der ist für dich Ich glaub' die sind besser als die davor Eindeutig Ja Das war ja aber auch nicht so schlimm Wer zu toppen Äh, ich nehm's zurück Okay, haben die gut verteidigt, die Jungs Was ist denn eine Parade? Ganz, ganz so wild gemacht Der hat ihm einfach nur zugeguckt Guck dir den YouTube Legends an Das ist 0 Punkte Oh ja Kein Check-Out Okay, gut Äh, bei Fliebner Die Parade Wer ist für dich? Hab' ihn Zerstört Schön So schön Oh mein Gott, was ein sexy Schuss Lüdetorg Aber wenn ihr im Schuss, mir eine abgegangen Oh real sogar Okay, keine Vorlage auch noch Ich hab' mich eingespielt Ich hab' mich eingespielt Genau, obwohl haben wir gar nicht ernst gespielt, Leute Ich hab' mich eingespielt Wie lange wird die Aufnahme, eigentlich 20 oder 15 Minuten? Nö Ich glaube, wir haben ihr Leben aufgegeben Die gehen ja nicht mal auf, hä? Die gehen ja nicht mal auf, hä? Die, die, die Äh, keine Ahnung, sagt, wie lange du bist Einfach 15 Minuten, wenn's Wenn's aber hin, das ist, ist der Marit 20 Zerländer Noch ein Tor! Na, bei mir spielen die aber auf einmal Wollte, wer wollte, dass ich kein Tor Und nicht noch ein Tor mal, hä? Da wollte, wer wollte, dass ich mich noch Gönnt Noch ein Team Welcher Welt? Schade Das ist 2 gegen 1 gegen 1 Ja, ihre Ah, fuck, war das schlecht Komm, komm Warum machen die nichts? Ah, schade, Schokolade Mann, ich lass das du Mein Tor! Mein Tor Nächstes Mal, wenn ich eine Parade machen kann Dann machst du lieber das Tor sein, dann schalte ich eine Parade bekommen Oh, korrekt! Ey! Geh doch, den krieg ich rein Ja! Den krieg ich rein Nein! 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 Ja, war klar, dass du homosexuell bist Nein! Ja, doch nicht schlimm ist doch Jeder macht mal Fehler Ich muss rein Das war eine Frage Das war eine Frage Das war eine Frage Wie ist die Mikrofonqualität? Ich hab's dir nochmal abgeändert Ich hoffe mal, ich hab's dir verbessert Ich bin über dir So schlimm Ja, verdient auch Ja, verdient! Nein! Komm schon, Jungs, ich kenn's euch! Nicht wahr, ich bin angekommen Mach! Jawoll Hä, was macht er denn? Der ist einfach unter den Beinen langgeflogen Das war ziemlich knapp, Alter, weil du belehrt hast, dass du es wieder rauskommst. Ja, ziemlich beschreibt es dich mal. Jetzt gönne ich dir nicht mal mehr ein Tor, weil die so scheiße sind, Alter. Die haben die gerade fast zusammen reingepimst. Obwohl er zwei kmh hatte. Digga, du wichst. Ich hab den Lenny gemacht. Ja, guck mal, meine Vorlage. Das wein ich nicht. Er spielt einfach manchmal in unsere Richtung und sagt dann so, Ja, ja, ist der Wunderball gut getroffen? Ich hab ihn. Ich hab ihn wenigstens getroffen. Ey, das ist erlebendisch noch, ne? Was? Nein, nein, nein. Ich glaub, die war jetzt in der letzten Sekunde irgendwie unentschieden. Ja, okay, kein Backout, sonst wissen die's. Ich fahre kurz langsamer und jetzt... Ah, scheiße, hat nicht funktioniert. Ich dräng ihn weg. Deine Chance. Willst du auch mal fliegen, hallo? Aufmerksamkeit. Ich hab doch gewartet, bis auf den Boden kommend. Ich bin nicht so der Fliege-Typ. Alter! Da! Wenn wir das verlieren, dann schwöre ich bei Gott dann. Dann, äh, da muss ich mir irgendwas Schlimmes einfangen lassen, was man noch irgendwie zeigen darf. Dann esse ich einen Zimtlöffel. Äh, einen Löffel Zimt. Ey, ich findest du Zimt so schlimm? Ne, aber du, äh, erstickst dabei fast. So, aber es ist doch ein Esslöffel Salz. Weil du kannst es nicht runterschlucken. Weil's cool der ist. Ja, irgendwie. Und du, du, huss, fängst an zu husseln und so, sollst du übelst wehtun. Äh, erstmal ein Zimtlöffel. Ey, ein Löffel Zimt, Mann! Äh, schöne Vorlage. Alter! Isaacs! Nicht so. Ich würde es nicht essen. Ich hoffe, mein Tod, ich schlade es hoch, wenn es passiert. Du aber auch. Ich auch, ich auch, ich auch. Ich schlade den Kipp von dir bei mir. Weißt du was? Ich hätte sogar los. Ey, hör auf! Nein, hör auf! Ich geh dir grad so umsach. Warum, ich bin hier auf einmal ernst? Ja, fuck. Nein! So lächerlich, ja! Ich, ich gönne sie, ich gönne sie, ich gönne sie. Ich nicht. Also hättest du's gemeint, hätte ich ja trotzdem nicht gegönnt. Lieber ein Zimtlöffel essen. Ein Löffel Zimt, Mann, hey, warum kann ich das nicht sagen? Ich bin ein Zimtlöffel, Alter, geh. Lieber ein Zimtlöffel. Nein! Aber erst bewege ich mich nicht mehr. Okay, dann musst du den Löffel Zimt essen, wenn wir noch ein Zimtlöffel kriegen. Okay. Fuck! Scheiße, ehrlich, krieg's nicht. Wann hab ich denn doppelt Ease geschrieben? Dann kann ich mich gar nicht ändern. Aber wollen wir noch ein Match machen? Ja, ja. Noch eine Runde dran eng. Ich bin Platin! Äh, geh nochmal in die... Ne, alles gut, alles gut. Mhm. Dann können wir Astroner aufnehmen. Ja, das ist Minecraft, äh... Roblox. Die billige Version von, äh... Roblox. 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 Roblox, hab ich gehört, ähm, ist das originale Game davon. Von Minecraft? Ne, ne, von dieser, äh, Astronauten-Sache. Nur man, der hat auch von Roblox kopiert. Ja, hab ich auch gesehen, da gab's so einen Typ, der kann auch, äh, in meiner Klasse, der kann Roblox programmieren. Die wollen mir erzählen, dass der YouTube-Lagix Platin war. Schämt euch das. Hä, hab ich nicht auf noch einmal spielen gedrückt? Doch. Wir finden nur kein Match. Ne, ne, ne. Ich hab's doch tatsächlich nicht aufgedrückt. Achso, ja, okay. Äh, benutze den Schnellchat, okay, oder kein Problem, in zehn Online-Spielen, okay. Ich hab wieder, eigentlich mein alter Accounts, ich hab wieder entbannt. Äh, ich wurde so unrecht gebannt. Ja, ja, er wurde dafür gebannt, dass er nett war. Weil ich dunkeläutig bin. Black, Lice, Männers. In manchen schwachsinnigen Köpfen. Oh, nein. Scheiße! Was hast du gar gesagt? Nichts. Hab den einen. Oh. Oh, gut. Ey! Nein, 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 Hauptsache weg. Meinst du mich? Vorlage? Ja, ja, das ist gut. Ey, die sind ja so grottenschlecht. Na, am Anfang hat er ihn echt gut getankt an der Luft, ja. Lack, Lack. Also, sag ich mal, ja. Äh, Fake Note. Ja. Äh, ihr Zuschauer, ihr müsst wissen, das ist die Gott-Taktik. Ja, jetzt bin ich schon sogar über ihm. Haben wir nicht aufs Zorze? Ah, nein! Äh, äh. Ja, wollt ihr vor? Wollt ihr nochmal? Ne, sogar 2-0, dann hätten die geliebt. Sehr langweilig für die Zuschauer. Ich bin hinten. Obwohl, ich kann nach vorne. Vielleicht mach ich doch ein 2-0 nicht. Spaß. Wurde ich 2-0 machen, dann wäre die Aufnahme ja vorbei. Das wäre jetzt viel zu langweilig. Ja. Und wenn wir jetzt 2-0 haben, endet die Aufnahme direkt, oder was? Okay. Okay. Nein, tut mir nicht. Okay, der hat sich jetzt durchgezogen. Ich bin noch dabei. Ja, aber ich weiß nicht. Das war's mit der heutigen Aufnahme von... Wurde ich nicht. Wurde ich nicht. Wurde ich nicht. Nein. Äh. Hast du schön, wenn du jetzt weiter auf? Ja. Oh. Wir haben jetzt mal die exclusive content. Nein, Spaß. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das darf kein Tor sein. Ah, alles gut. Das wäre das Schlimmer, das ist ja leider im echten Fußball. Ne, ungefähr so ist die Leiter im echten Fußball. Und ich habe das mit ihm beschreiben. Äh, gestern bin ich bei 5 Schüssen viermal über den Zaun geschossen, obwohl er vorm Tor stand. Ich schwöre es dir. Das tut es auch. Nein, 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 das ist so 20 Meter hoher Zaun. Ah, fuck. Es sieht so aus, als würde er mit Absicht nicht treffen. Aber er gibt sich wirklich Mühe, er trainiert sogar. Ich verhaft. Ja, aber bringt nichts bei ihm. Aber warum machst du die Double Jump? Ah, scheiße. Ich habe wohl Lenni gesagt, er möchte zunehmen. Aber nicht ein Muskelmas. Ich weiß, was ich letztens gesehen habe, wie das war so lustig. Das ist es. Ich weiß nicht, als sich Lenni und Julia mal gestritten haben in St. News Gruppe. Ja, ja. Scroo, bitte auch, weißt du, wie ich dich gegenseitig gestritten habe. Das war viel zu lustig, ich musste so lachen. Schön. Äh, irgendwas war da, äh, da erinnert sich nur, als Lenni sich von 10ern Bikini angezogen an dem Schwimmbad. Er hat gesagt, wenigstens bin ich nicht so fett, als man das sogar in Bikini passe. Ich fand nicht gut. Und er hat, ich weiß nicht, als er gesagt hat, er hat die, äh, Cracky genannt, wie in den Schatten oder sowas. Ja. Nein, nicht wirklich, oder? Ey, jetzt bist du sogar über mir so unter dir. Ah, was, ich freue mich schon. Alles gut. Schade. Schade. Um 10 Punkte. Hm, schade. Skipp mal bitte. Schade. Was soll ich geben? Nein, nein, du sollst skippen beim Wixen mal, äh, Dings. Gipfütchen. Ach so. Schöne Vorlage. Ja. Getänkte Vorlage. Ich war, ich war immer der Ball. Nein. Ich wusste, ich wusste, ich wusste. Ich warte, ich hatte ein bisschen, damit ich Palade bekomme. Geile Sorge, weil die Gegner sind alles kaputt, Digga. Die extra von dir darf ich dir nicht gönnen. Na, schade. Scheiße. Ah, schade. Schade, 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 schade. Die Gegner können wir, schade. Schade, 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 die haben gemerkt, ich hätte, er hätte so ein bisschen gekönnt. Meins aus dem Kais. Ayu, ki. Sogar auf Deutsch. Mit, äh, künstliche Intelligenz, ja. Ayu, ne? Auf Englisch? Achso, ich das immer für Computer. Was? Spaß. Nein. Ah, 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 ah. Ich dachte, das eherソfliken. Da haben Sie. Na, weg mit dir, Mercy. Ich weg mit dir, bitte. Schnell! Weg. Okay, ich hab mich kurz gemutet, ja, für die Zuschauer. So sieht es aus, wenn... Professionell meine Aufnahme schaltet. Ja, in einer Gruppe, wo alle reinjoiten können. Zehn Stück. Ja, aber wenigstens hört man nur ganz wenig bei mir. Warum? Ich hab mich gemutet. Ach so, das ist auch nicht... Ich hab mich gemerkt. Aber bei mir einfach nur... Ach, 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 gemacht. Na, hab ich ihm gesagt, bitte lieb, einfach. Ist er noch drin? Nein, nein. Schade. Schade, ich will einfach nur ganz nochmal mit uns reden. Hallo, Jürgen, es sei ja, weg! Ekelaut, ne, eine Minute, es ist so fort. Ja, Frau Lager. Oh! Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich hab schon herztod. Wegen mir? Ja. Warum? Hätt sie nur weiter gespielt. Ja! Das ist so schlecht. Ach, schwer. Ey, du lässt sie durchgehen sogar. Nein, ich hab gehofft, ne Parade geklappt. Jetzt mach doch mir... Gib mir doch mal ne Chance, ne Parade zu machen, Jungs. Ich will ein Tor! Bitte! Komm! Nein, 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 nein. Ja, bin ich dabei! Boah! Du Ficker! Nein! Alter, dich verteidigt. So ein Hurensohn. Ja, ein junger Gott. Nein, jetzt über mir. Ey, so eine Schande kann ich mir doch nicht zustehen lassen. Das erste Mal. Nein. Nein, ihr Fickster! Okay, nur durch Glück ist er über mir, Leute. Are we having hot sweet gay sex? Pain. Das wird natürlich zensiert für YouTube. Na, schneide ich raus. Auf Wiedersehen, Leute. Ja, ciao, Kakao mit Öl. Also, das wäre hier. Ich glaube, dass... ..., wir gehen. Vielen Dank.